Also die 2750 hat ganz einfache Einstellungen. Man kann den Command-Arm super einfach einstellen, die Sitze kann man einstellen, die Boxen sind sehr gut zugänglich. Der Mäher hat jetzt eine LED-Beleuchtung, die sehr angenehm ist. Über Echo-Mode kann der Mäher automatisch seine Drehzahl begrenzen und somit hat man weniger Lernbelästigung für den Operator, aber auch für Mitglieder, die am Golfspielen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017